Hey Leuntchens. Hey Leuntchens. Sollte eigentlich heißen Hey Leuntchens. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed, wir geben uns hier hin. Hat gut funktioniert, wir hauen uns mal den Vogel raus und suchen ein bisschen was. Hier gibt es wahnsinnig viel zu finden und zu entdecken. Oh da. Na gut. Ich dachte hier lag irgendwas grad in der Nähe rum. Das sieht jetzt doch wieder ein bisschen weiter aus als... Das ist gut, dass wir so Vogel und so anderen Kram gefunden haben. 40 in der Richtung. Wo soll es sein? Ah, da drauf unten drunter. Wer steht hier vor Eva Ragnarsson? Bist du Sigurds Dränger? Avagor? Evor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig. Sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit. Da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Guter Junge. Du bist frei, Sachsen-Schwein. Wüte wieder durch die merzischen Felder. Ich hatte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch. Aber für Mersa ist es Reapedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ab! Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burkret und sein Kriegstherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Wo rät er hin? Ich weiß, dass Burkret dir... Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht nur, weil du unser Hacksilberschimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will. Und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feischen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lothbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmahl. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tarn Cheol Wulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten. Aber Mercier braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Was können wir sagen? Klingt, als würdest du nur dem Namen nach ein König sein. Eine Puppe. Ich leiste meinen Beitrag. Ich hoffe, du wirst deinen leisten, wenn es soweit ist. Wir werden alle Hilfe benötigen bei dem, was uns bevorsteht. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheol Wulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamevjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch. Nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamevjord einnehmen, Burgred absetzen und Cheol Wulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar. Und wir werden sie ehren. Geol Wulf ist zu Recht vorsichtig. Wenn er bei Burgred Gnade walten lässt, werden die Menschen einen Grund haben, ihm zu trauen. Genau das denke ich auch. Und je schneller wir handeln, desto mehr Leben verschonen wir. Auf beiden Seiten. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mersischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnas lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lasst die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tame Vjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Reopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Sheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Okay. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Das ist ein Türmchen. Dann entdecken wir den Aussichtspunkt und freuen uns. Ist der da oben? Wahrscheinlich. Ist das ein Händler? Auch wahrscheinlich. Wäre gut, wenn da was drin liegt, was wir brauchen. Schnell weg. Hat eigentlich vor hoch zu klettern, aber hat sie überhaupt gar nicht funktioniert. Das ist gut daran, wenn wir die alle entdecken. Dann können wir sehr gut und sehr schnell hier über die Karte reisen. Und das ist ganz einwenehm. So, machen wir das Ganze mal im Dunkeln. Und dann grob in diese Richtung. Hey, noch ein Fähigkeitspunkt. Das ist sehr gut. Ja, okay. Ja, gehe. Bitte. Wir kaufen uns erstmal nix. Wir starten mal da die Mission. Ist das hier? Da draußen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, an einigen das würde wohl doch hier draußen sein. Glaube ich. Segelt nach Südosten. Bringt die Männer zu den Toren von Tabevjord. Wir fluten die Felder. Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Natürlich. Ich bin bereit für das Kampfgeburt. Und die klirrenden Spiegel und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte leben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Ambush des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheol-Wulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Ist das hier gut, böse und, keine Ahnung, neutral, oder? Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar. Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die dir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ha, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Elvor. Es ist ein langer Rhythmus nach Tamer Vjord. So, ja. Das ist okay. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Warum ist Cheolbulfs Sohn überhaupt in Cheoppedul? Cheolbulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Ivar habt diesen Schier ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Burgred hat immer noch Soldaten in ganz Merz hier. Wir sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Englerland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Vornberg, im Nordwege. Nordricht der Dänen landet. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weißer, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, wohl wahr. Englerland ist halb so groß wie Nordwege und doch haben wir vier Könige in vier Königreichen. Siehst du, wie könnte ich nicht beeindruckt sein. Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur sechs Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Chirilbert. Und von nun an wird alles ganz schnell. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. In Wahrheit, Chirilbert, lastet ein Großteil meines Zauns auf meinem Vater. Nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt. Ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fassmet verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen. Die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Ätheling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skoth. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. Sehen wir bald da? Oh ja. 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 ich glaub da sind wir. Waren wir da schon mal? Ich möchte mal immer auf die Karte sehen, ich dächt' da waren wir gerade. Nein. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unwendige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofrit? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Burgrits Kriegstan. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trend überfallen und getötet. Erst Ivas Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30 Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden. Sagt, was ihr wollt. Wir wollen deine Krone, Herr. Mit deinem Kopf oder ohne. Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordweger, Dänen, für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palabra. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet, wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Oberragnason, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Tommelt alle zusammen! Tame wie Ort wird heute Abend uns gehören! Evo, sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivor und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Okay. Ich werde meinen, dass wir den Angriff auf das nächste Mal verschieben. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hoffe gut. Ansonsten. Egal. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für's Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne kommentieren, abfundieren, ein paar Däumchen hinterlassen und das nächste Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye! Musik 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 Musik